Willkommen bei SmartListe. In diesem Video besprechen wir den besten Bartschneider-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Bartschneider-Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Philips BT 5200. Das Modell BT 5200-16 Philips ist mit vielen sinnvollen Bonus und auch einer großen Auswahl an Längeneinstellungen ausgestattet, wie Sie in der Artikelzusammenfassung sehen können. Sie haben 17 Größen-Sähtops leicht verfügbar, zwischen 0,4 und auch 10 mm. Die Einstellung ist leicht mit einem rutschfesten Drehknopf auf der Kümmern gemacht. Mit einer voll abgerechneten Batterie hilft der Bartschneider laut Hersteller bis zu 60 Minuten, bevor man ihn noch einmal abrechnen muss. Es wird zusätzlich behauptet, dass die Klingen besonders hautfreundlich und zusätzlich scharf sind. Sie können auch schnell die rostfreien Klingen unter Wasser reinigen, da das Gartget wasserdicht ist. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Haarschneider Kyk elektrische. Laut dem Hersteller Kyk ist dieses Modell ein professioneller Haarschlanker mit einem intelligenten LC-Bildschirm. Je nach Produktbeschreibung können Sie zwischen 8 Kammgrößen von 3 bis 22 mm wählen. Nach Angaben des Herstellers hat der Haarschneider einen leistungsstarken Elektromutter für einen ordentlichen und ordentlichen Schnitt. Dank seiner hohen Geschwindigkeit muss der Elektromutter auch für besonders dickes Haar geeignet sein. Das Besondere an diesem Modell von Kyk ist seine Wasserdichtigkeit. Laut Hersteller hat der Bartschneider die Schutzklasse EPS5, so dass man ihn unter fließendem Wasser sicher reinigen kann. Auf Platz 3 haben wir die Hatteker Haarschneidemaschine. Wie Sie auf den Artikelbildern sehen können, hat der Hatteker Haarschneider mit Bartschneider eine LED-Anzeige auf der Vorderseite, auf der Sie den aktuellen Kostengrad der Batterie überprüfen können. Nach Angaben des Herstellers sind die Klingen rostfrei und auch aus Keramik gefertigt, was eine lange Lebensdauer sowie Genauigkeit beim Reduzieren gewährleistet. Anscheinend können Sie die Klingen unter fließendem Wasser reinigen. Bei der Reinigung müssen Sie jedoch immer darauf achten, dass der Batteriebereich gut geschlossen ist. Nach der Artikelzusammenfassung besteht der Vorteilungsumfang aus 6 zusätzlichen Kämmen für die flexible Gestaltung Ihres Bartes. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Braun 9-1 Multigroming. Braun bewirbt seine Bartrimme-Version Multigroming MGK 3085 mit der Bezeichnung 9-1, da es sich um ein Gesamtpaket handelt, das mit allen erforderlichen Anbaugeräten ausgestattet ist. Dieses Set muss daher eine der Täter-Eliminierung jede Art von Körperbehaarung ermöglichen. Sie erhalten, um ein paar Punkte zu nennen, Ad-Ons, um Haare von den Ohren und der Nase loszuwerden. Laut einigen Nemeson-Konsumenten können Sie sogar lange Bärte mit diesem bräunlichen Dessichten trimmen oder einen ordentlichen Schnitt haben. Laut Braun ist das Gerät mit einer effektiven Batterie ausgestattet, die eine maximale Betriebszeit von 60 Min verspricht. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Remington Bartrimme-Herren. Nach Angaben des Herstellers Remington ist das Modell Barba MB 320 C ein Bartschlanke mit umfangreicher Ausrüstung, darunter zwei Rasierköpfe. Gemäß der Beschreibung können Sie mit diesem Gartget flexibel 9-Längen-Sähtops nutzen. Der riesige Rasierkopf dient dazu, größere Standorte zu reduzieren und zu trimmen, während der schmale Pop-U-Planer für Formen sowie schwer zugängliche Stellen gedacht ist. Die verschiedenen Größen-Einstellungen für diesen Bartschlanke sind offenbar zwischen 1,5 und auch 18 mm und sollten es ermöglichen, eine präzise und auch vielseitige Auswahl der entsprechenden Bartgröße. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen,